Mit ihrem Podcast erregten die ehemaligen Let's Dance-Profis Oana Nechiti und Erich Klan in den letzten beiden Jahren viel Aufmerksamkeit. Vor allem, weil nicht jedem Fan der Sendung passte, wie sie in Tanz oder gar nicht über ihre ehemaligen Kollegen sprachen. Nach viel Kritik erläuterte das Paar, dass es ihnen nie darum gegangen sei, ihre ehemaligen Kollege, innen zu schelten, oder Kandidat, innen zu beleidigen. Vielmehr sei der Anspruch des Projekts immer gewesen, die Darbietungen auf dem RTL-Parkett gemäß den Regeln des Leistungssports einzuordnen. Vor genau einem Jahr beendeten Nechiti und Klan ihre Podcast-Aktivitäten. Allerdings nicht wegen der negativen Kommentare. Vielmehr, weil sie die Samstagabende zukünftig intensiver mit ihrer Familie verbringen möchten. Es fühlt sich richtig an, kommentierte das Paar das Ende von Tanz oder gar nicht, in der letzten Folge, Time to Say Goodbye, die gleichzeitig die letzte war. Wir werden den Podcast aus zeitlichen und aus Prioritätsgründen einstellen, erklären sie. Das Projekt habe in der Pandemie begonnen. Jetzt seien sie mit dem Ausbau ihrer Tanzschule beschäftigt und durch ihr zweites Kind noch mehr als zuvor auf die Familie fokussiert. Wenn wir etwas gesagt haben, dann haben wir versucht, es zu argumentieren und aus unserer Profiperspektive zu beleuchten, ging Klan zum Abschluss auf die vielen kritischen Stimmen ein. Wir waren diese Sendung für lange Zeit. Wir wissen genau, worauf es dort ankommt. Ich weiß, wie sehr wir diese Sendung beeinflusst haben, zeigte sich Nechiti überzeugt, das muss mir gar keiner bestätigen. Unter anderem habe ihre Kritik an der Jury gewirkt. Als wir anfingen, war die Jury nicht so top wie dieses Jahr, so Nechiti, die sich vor allem an sexistischen Kommentaren störte. Außerdem hätten die Profitänzer inzwischen ein Mikrofon und würden für ihre Leistung viel mehr honoriert als früher. So sehr alle sagen, wir hätten etwas Schlechtes gemacht. Wir haben sehr viel Gutes für die Sendung und unsere Profikollegen getan. Wir waren nicht herablassend, sondern haben uns darauf fokussiert, jeden mit seinen Ecken und Kanten zu akzeptieren. Solange wir noch bei Let's Dance waren, haben wir gut zusammengearbeitet, sagte Nechiti. Erich Klan Es ging nie um Lästern, sondern um eine Profieinschätzung von Sendungen, Tanz und Jury. So wie eine Jury unsere Arbeit bewertet hat, warum sollten wir das nicht?